Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.juelmedia.de. Ein herzliches Willkommen, gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries, zur 11. Folge unserer Serie über das Buch Jesaja. Die Kapitel 51 bis 55, die heute im Zentrum stehen sollen, wo wir uns so Vers für Vers vorarbeiten wollen, sind vielleicht das Herzstück des ganzen Buches Jesaja. Kapitel voller Tiefe, großartige, wertvolle Kapitel, die uns den Erlösungsplan ganz deutlich vor Augen führen, die uns Jesus Christus zeigen, wie kaum eine andere Passage im Alten Testament so deutlich seinen Tod auf Golgatha vorhersagen, insbesondere Kapitel 53. Wir werden uns dafür dann auch gleich Zeit nehmen und dann ein großer Aufruf, diese Erlösung, die Gott durch Jesus uns anbietet, in dem der Heilige Geist an unseren Herzen wirkt, dass wir diese Erlösung auch wirklich für uns persönlich in Anspruch nehmen. Damit der Geist Gottes auch wirklich das in unseren Herzen bewirken kann, wollen wir ihn bitten, dass er direkt zu uns persönlich spricht. Und ich lade dich ein, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, dass wir gemeinsam ein Anfangsgebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Schatz, für das Buch Jesaja. Es ist so wunderbar, es ist so schön. Es hat so große, tiefe Gedanken, die viel höher sind als das, was wir eigentlich überhaupt erfassen können. Und doch sprichst du ganz deutlich dort zu uns. Dein Wort, so werden wir auch heute lernen, wird nicht leer zurückkehren, sondern ausführen, wozu du es gesandt hast. Herr und Herr, das bitten wir, dass es auch in unserem Herzen geschehen kann, dass du alles hinwegnimmst aus unserem Denken und Fühlen, was uns hindern könnte, diese Botschaft so aufzunehmen, wie du sie gemeint hast. Und wir danken dir, dass deine Gedanken höher sind als unsere. Und dass wir heute das Erlösungsgeschehen auf Golgatha ganz neu und vertieft verstehen dürfen durch dein Wort. Sei unser Lehrer nach deiner Verheizung. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Lass uns beginnen in Jesaja 51 und dort Vers 1. Jesaja 51, Vers 1. Hört auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Jesaja ruft wieder das Volk Gottes auf. Und hier ganz besonders diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, wie Jesus es später in der Bergpredigt ausgedrückt hat. Seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Mit anderen Worten, schaut auf eure eigene Geschichte. Erinnert euch daran, wie dieses Volk Israel entstanden ist. Seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die ich euch geboren habe. Denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemäht. Die Israeliten sollten sich darauf besinnen, dass sie von Abraham und Sarah, also die dann zu Sarah wurde, Abraham und Sarah, Abraham und Sarah abstammen. Und dass Gott alle seine Verheißungen an Abraham erfüllt hat. Und das ist deswegen so interessant, weil ja Abraham auch in Babylonien gewesen ist, in der Stadt Ur. Und Gott ihn von dort berufen hatte. Mit anderen Worten, die Israeliten, die glauben, dass sie jetzt in Babylon hoffnungslos verloren sind, sollen sich daran erinnern, dass Gott ihren Ahnvater, Abraham, direkt aus diesem Gebiet berufen hat. Und er war damals ganz alleine mit seiner Frau und einem kleinen Hausstand. Und Gott hat sie dann reich gesegnet und aus ihnen ein großes Volk gemacht. Wie viel mehr kann er jetzt für das Volk Israel in Babylon tun? Vers 3. Denn der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Wir haben schon in Jesaja 40 diese Botschaft gehört. Tröstet mein Volk. Judah ist zwar verwüstet, aber Gott will das ändern. Wir haben gesehen, dass durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, durch sein Erschöpfungs- und Erlösungshandeln, er die Wüste zum Garten Eden machen kann. In das Paradies eine völlige Verwandlung, den völligen Gegensatz. Vers 4. So achte nun auf mich, mein Volk, und ihr, meine Leute, leid mir eure Ohren. Und Gott möchte immer wieder, dass sein Volk wirklich hinhört und tut, was es sagt. Denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Das Volk Israel war Gottes besonderes Eigentum und mit Gesetzes hier im Hebräischen, die Tora, die Weisung, die Lehre gemeint. Gottes Wort geht als Licht hinaus. Wir haben in Jesaja 2 gesehen, wie die Völker zu Zion kommen werden, weil sie sagen werden, dort ist das Gesetz des Herrn. Dort lernen wir, sein Wort, der Messias, wird diese Aufgabe übernehmen. Meine Gerechtigkeit ist nahe. Wir haben vorher schon gesehen, dass Gott selbst seine Gerechtigkeit nahe herbeigebracht hat. In Jesaja 49, Vers 13. Meine Rettung zieht aus und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen. Bild wieder für die Heiden. Und auf meinen Arm werden sie warten. Hier haben wir wieder diese interessante Idee, dass das Evangelium, das Richten, eine Hoffnungsbotschaft ist. Er wird die Heiden richten und die werden auf ihn warten. Und diese Aufgabe, dass die Inseln auf ihn hoffen, diese Idee kennen wir aus Jesaja 42. Dort hat Gott selbst gesagt, dass sein Knecht, der Messias, eine Lehre bringen wird, auf die die Inseln, die Heiden hoffen werden. Und hier sehen wir, dass Gott selbst dieser Knecht ist, der sich erniedrigen wird. Dass der Sohn Gottes auf diese Erde kommen wird, um genau dieses Werk zu tun. Diese Aufgabe zu erfüllen. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten. Denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen. Und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Diese Welt wird vergehen. Jesus sagt das ja ganz ähnlich in Matthäus 24. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Evangelium, das Heil Gottes hier ist ewig. Offenbarung 14 spricht in Vers 6 von einem ewigen Evangelium. Der Bibel spricht von einer ewigen Gerechtigkeit. In Daniel 9, Vers 24, Psalm 103, Vers 17 spricht davon, dass Gottes Gnade ewig wird. Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt. Du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern. Denn Gott spricht hier ganz besonders auch zu den treuen Israeliten in Babylon, die sich für sein Wort interessieren. Also eine enge Parallele zu Vers 1. Hier sehen wir, wie sehr Gott sich wünscht, dass wir sein Gesetz nicht nur kennen, sondern es im Herzen haben. Das ist ja das, was der neue Bund in Jeremia 31 und in Hebräer 8 beschreibt. Denn die Motte wird sie fressen wie ein Kleid und die Schabe wird sie fressen wie Wolle. Aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Wieder haben wir die Idee des ewigen Heils, des ewigen Evangeliums und der ewigen Gerechtigkeit. Denn Gottes Gerechtigkeit offenbart sich ja in seinem Evangelium, wie uns Römer 1, Vers 16 sagt. Die Lästerer und Verleumder werden vergehen, genauso wie diese Welt. Aber Gottes Wort und Gottes Evangelium bleibt ewig. Wache auf, wache auf, ziehe Stärke an, du Arm des Herrn. Merken wir uns diesen Begriff, den Arm des Herrn. Und der soll kraftvoll sein, der soll Stärke zeigen. Erwache wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Bist du nicht der, welcher das Meer, die Wasser der großen Flut trockengelegt und die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten durchziehen konnten? Das war natürlich die Befreiung aus Ägypten. Der Exodus. Durch das Rote Meer hat Gott sie geführt. Durch seinen ausgestreckten, starken Arm. Schon mehrmals haben wir gesehen, dass Gott im babylonischen Exil die Israeliten wieder an den Ausflug aus Ägypten erinnert. Der Gott, der aus Ägypten befreit, kann auch aus Babylon befreien. Der Gott, der uns von einer Sünde befreit hat, kann uns auch von einer anderen Sünde befreien. Denn er ist immer derselbe. Mit Rahab ist hier natürlich Ägypten gemeint. Wir hatten diesen Begriff auch schon in Jesaja 30, Vers 7 als Symbol für Ägypten. Vers 11. So werden die Erlösten des Herrn zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Und so wie die Israeliten damals aus Ägypten geflohen sind und Gott sie geführt hat, werden sie jetzt von Gott nach Jerusalem zurückgeführt. Der Rückkehr aus Jerusalem wird also mit dem Exodus verglichen. Eine neue Erlösung und beides ein Typus auf die eigentliche Erlösung durch Jesus. Und es wird sich ganz am Ende in Offenbarung 21 und 22 erfüllen, wenn die Erlösten buchstäblich zum himmlischen Zion kommen werden, zum himmlischen Jerusalem. Kein Kummer, kein Seufzen. So wie schon Jesaja 25. Gott wird alle Tränen abwischen. Vers 12. Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, dass wie das Gras dahin gegeben wird und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat. Und alle Zeit, den ganzen Tag fürchtest du dich vor dem Grimm des Bedrückers, wenn er sich rüstet, um zu verderben. Wo ist denn nun der Grimm des Bedrückers? Gott hat in Jesaja 40 gesagt, tröstet mein Volk. Aber hier sagt er sehr deutlich, er selbst ist es, der sein Volk tröstet. Und diese doppelte Betonung, ich, ich tröste mein Volk. Die finden wir schon in Jesaja 43, wo wir in Vers 25 gelesen haben, dass Gott sagt, ich, ich tilge deine Übertretung um meine Willen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Dadurch sehen wir, dass der Trost dadurch kommt, dass Gott deine und meine Sünden tatsächlich buchstäblich vollständig vergibt und dann auch tilgt, wenn wir ihm glauben und seine Erlösung für uns persönlich in Anspruch nehmen und mit ihm leben. Aber so oft geschieht es, dass wir, wie wir gerade gelesen haben, unter den Androhungen, den Attacken der Menschen vergessen, dass unser Schöpfer, der uns gemacht hat, unser persönlicher Freund ist und dass eigentlich alles Drohnen von Menschen völlig wirkungslos ist vor ihm. Das Ganze hatte ja die Geschichte von Sanherib und seiner großen assyrischen Armee deutlich illustriert. Sie hatten zwar gedroht, aber sie konnten nichts ausrichten. Vers 14. Der in Ketten gekrümmte wird schnell losgemacht, damit er nicht umkommt in der Grube. Noch an Brot, Mangel leidet, ein Bild für die Erlösung. Ich bin ja der Herr, dein Gott, der das Meer auffühlt, dass seine Wellen brausen. Herr, der Herrscher ist sein Name. Gott versichert den Gläubigen, dass er auf ihrer Seite steht. Ich habe meine Worte, jetzt kommt ein interessanter Vers, Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich mit dem Schatten meiner Hand bedeckt, um den Himmel auszuspannen und die Erde zu gründen und zu ziehen und zu sagen, du bist mein Volk. Ein sehr bemerkenswerter Vers, denn hier wird die Botschaft, dass Jerusalem und Judah Gottes Volk sind, in Zusammenhang mit der Schöpfung erwähnt. Mit anderen Worten, diese Befreiung aus Babylon, dieses Annehmen der Israeliten, als sein Volk sind genauso Schöpfung, wie das Ausbreiten der Himmel und das Gründen der Erde. Hier spricht wieder Gott der Vater zu Jesus. Und Jesus erhält also die Worte, die er als Erlösung dem Volk sagen soll. Er ist der Schöpfer und er ist der Erlöser. Vers 17. Erwache, erwache, stehe auf Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken hast, die du den Taumelkelch getrunken und ausgeschlürft hast. Wir hatten in Vers 9 gesehen, diese Botschaft an den Arm des Herrn. Erwache, wache auf, wache auf, ziehe stärker an, du Arm des Herrn. Hier soll jetzt Israel erwachen und das ist nur möglich durch den Arm des Herrn. Wenn Gottes Kraft sich zeigt, dann gibt es Erweckung. Mit anderen Worten, die Erweckung im Volk Gottes ist nur möglich durch die Kraft des Herrn. Der Becher des Zorns ist natürlich das Exil, das die Strafe war für die fortgesetzte Rebellion der Israeliten. Vers 18. Denn da war niemand, der sie leitete, von allen Söhnen, die sie geboren hat. Und niemand, der sie an die Hand führte, von allen Söhnen, die sie großgezogen hat. Niemand hatte sich sonst um das Volk gekümmert. Dies, beides ist dir begegnet, aber wer bezeugte Teilnahme, Verheerung und Zerstörung, Hunger und Schwert. Wie soll ich dich trösten? Die Israeliten haben viel Leid erlebt und niemand hat sich dafür interessiert, außer ihr Gott. Vielleicht hast auch du persönlich viel Leid erlebt und erlebt, wie kaum jemand, vielleicht niemand sich wirklich dafür interessiert hat. Aber Gott, Gott interessiert sich für unser Leid. Er bezeugt uns Teilnahme, er möchte uns an der Hand ergreifen und uns herausführen. Deine Kinder sanken ohnmächtig hin. Sie lagen an allen Straßenecken wie eine Antilope im Netz und waren voll von dem grimmigen Zorn des Herrn und von dem Schelden deines Gottes. Ähnliche Bilder finden wir in den Klageliedern als Beschreibung des Untergangs von Jerusalem. Darum höre doch das, du Elende, die du trunken bist, aber nicht vom Wein. So sprich dein Herr, der Herr und dein Gott, der den Rechtsstreit für sein Volk führt. Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch deines Grimms, dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst. Und ich will ihnen deinen Peinigern in die Hand geben, die zu deiner Seele gesprochen haben. Bücke dich, dass wir über dich hinweg schreiten können, sodass du deinen Rücken der Erde gleich machen musstest. Und wie eine Straße für die, die darüber gingen. Die Babylonier haben sich schrecklich gegenüber den Israeliten verhalten. Und Gott sagt, dass sich sein Zorn von ihnen abgewandt hat und dass jetzt der Zorn über Babylon sich ergießen wird. Interessant ist natürlich, dass all diese Botschaften, das dürfen wir nicht vergessen, dabei immer wieder uns in Erinnerung rufen und im Hinterkopf das behalten, dass all diese Botschaften von Jesaja gegeben werden zu einem Zeitpunkt, als Israeliten noch gar nicht im babylonischen Exil sind. Ja, als Babylon selbst noch überhaupt gar keine Vormacht im Nahen Osten ist, sondern nur ein kleines, reduziertes Königreich, das unter assyrischer Vorheft steht. Gott sagt, dass alles lange im Vorhinein voraus, um deutlich zu machen, dass wenn es dann eintritt und wenn die Israeliten diese Botschaft für sich annehmen, dass es keine plötzliche Idee Gottes ist, sondern von langer Hand geplant, so wie das Evangelium auch seit Ewigkeiten geplant gewesen ist. Jesaja 52 Wache auf, wache auf, Zion, ziehe deine Stärke an, ziehe deine Ehrenkleide an, Jerusalem, du heilige Stadt, denn von nun an wird kein Unbeschnittener noch Unreiner mehr in dich hineinkommen. Hier haben wir wieder diese Idee von wache auf, so wie der Arm des Herrn aufwachen soll, soll Zion aufwachen, die verwüstete Stadt soll wieder zu Ehren kommen. Auch Daniel hat sich in Daniel 9 auf diesen Gedanken bezogen. Das Ehrenkleid, das spielt ja eine interessante Rolle, auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der ja dann ein Festkleid bekommt, obwohl er alles vorher ausgegeben hat und alles vorher verschwendet hat und gar nicht wert gewesen wäre. In gewisser Weise ist dieser ganze große Abschnitt der Einladung an die Israeliten zurückzukehren nach Jerusalem eine, nichts weiter als eine Geschichte des verlorenen Sohnes, der in Babylon verloren gewesen ist, der jetzt zurück eingeladen wird. Schüttel den Staub von dir ab, steh auf und setze dich hin, Jerusalem. Mache dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr. Umsonst seid ihr verkauft worden, so sollt ihr auch ohne Geld erlöst werden. Ein ganz wesentliches Prinzip wird hier deutlich ausgedrückt. Die Erlösung kann nicht durch menschliche Werke kauft werden, sie wird umsonst sein. Denn Jesus hat den Preis bezahlt. Denn so spricht Gott der Herr. Mein Volk ist vor Zeiten nach Ägypten hinabgezogen, um sich dort in der Fremde aufzuhalten. Der Assyrer hat sie ohne Ursache bedrückt. Wieder der Blick zurück in die Geschichte Israels, wo sie bereits Sklaven in verschiedenen Zeitepochen gewesen sind, beziehungsweise unterdrückt worden sind, wie hier durch die Assyrer. Jetzt heißt es in Vers 5. Nun aber, was geschieht mir denn hier? Spricht der Herr, dass mein Volk ohne Entschädigung geraubt wird. Seine Beherrscher jauchzen, triumphieren. Spricht der Herr, und mein Name wird beständig gelästert den ganzen Tag. Die fortgesetzte Gefangenhaltung der Judäa hat die Babylonier dazu gebracht, zu denken, dass ihre babylonischen Götter größer und mächtiger sind als der wahre Gott Israels. Aber schon den Assyrern war es schlecht ergangen, als sie Gott gelästert haben. Interessanterweise finden wir auch in Hesekiel 36 einen ähnlichen Gedanken. Weil die Israeliten durch ihre Rebellion und ihre Sünde gefangen genommen worden sind, ist der heilige Name Gottes entweiht worden. Aber Gott selbst wird seinen Namen dadurch wieder heiligen, dass er ihnen vergibt, dass er sie reinigt, dass er sein Gesetz in ihre Herzen gibt. Dadurch wird sein Name geheiligt, wenn wir im Vaterunser beten. Dein Name werde geheiligt. Beten wir eigentlich, dass genau das geschieht, was hier in Hesekiel 36 beschrieben wird. Vers 6. Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen. Ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, dass ich der bin, welcher spricht. Siehe, hier bin ich. Gottes Name beschreibt ja seinen Charakter, seine Liebe, seine Gnade, seine Gerechtigkeit. So wie 2. Mose 34, Vers 5-7 beschreibt durch die Erlösung, die Gott schenkt, erkennt sein Volk, wie er wirklich ist. Wir können einiges theoretisch über Gott erfahren. Wir können Fakten über ihn lernen. Wir können die Bibel studieren, aber nur, wenn wir die Erlösung erlebt haben. Wenn wir sie in unserem eigenen persönlichen Herzen angenommen haben. Nur dann kennen wir Gott, wie er wirklich ist. Dann kennen wir seinen Charakter, dann haben wir ihn erkannt. Das gleiche finden wir auch in Hesekiel 20 und 36 und 37 und 39. Die Verse sind alle im Sendemanuskript hier angegeben. Und dann Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboden, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt. Ein Evangelium, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Hier haben wir eine große Brücke, die zurückgeschlagen wird zu Jesaja 40, wo wir dieselbe Idee schon hatten. Paulus benutzt diesen Vers in Römer 10, um deutlich zu machen, das Evangelium von Jesus muss sich ausbreiten. Es muss verkündigt werden. Hier sehen wir, warum Jesaja, der Evangelist des Alten Testamentes genannt wird. Im Zentrum seiner Botschaft steht das Heil, steht die gute Botschaft, das Evangelium und das Gott, König in Jerusalem. Das hatten wir auch schon in anderen Versen gesehen. Und das wird sich endgültig erfüllen, wenn Jesus die Königsherrschaft über diese Erde antritt, wie in Offenbarung 11, Vers 15 und anderen Stellen beschrieben. Vers 8. Da ist die Stimme deiner Wächter. Sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen, denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Hier geht es um die persönliche Erfahrung. Sie werden es mit eigenen Augen sehen, die Stimme erheben, so wie in Jesaja 40, Vers 9, die laute Stimme, die davon spricht, dass Gott sich seinem Volk annimmt. Wir hatten in Jesaja 40 gesehen, dass diese Botschaft dort sowohl auf das erste Kommen als auch auf das zweite Kommen Jesu anzuwenden ist. Denn aus Jesajas Perspektive ist das ein großer Komplex, den nur wir, da wir bereits nach dem ersten Kommen, aber noch vor dem zweiten Kommen leben, in unserem Kopf chronologisch noch deutlicher trennen. Vers 9. Ihr trümmer Zions, freut euch und frohlockt miteinander, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Wir sehen in Jesaja 40, dass Gott sagt, tröstet mein Volk. Wir haben in Jesaja 51 gesehen, wie er sagt, ich, ich bin es, der euch tröstet. Und jetzt sehen wir, wie die Trümmer jubeln, weil Gott sein Volk getröstet hat. Immer wieder ruft Jesaja auf, freudig darüber zu jubeln, dass Gott uns erlöst hat. Wir sollen es nicht nur in Anspruch nehmen, sondern wir sollen dankbar sein jubeln, singen und uns freuen. Vers 10. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Hier haben wir den heiligen Arm, den wir schon aus Jesaja 51 kennen. Die Kraft, das Evangelium Gottes. Diese Erlösung wird also für alle Völker sichtbar sein. Das Evangelium wird bis an die Enden der Welt gehen. Die Völker werden sehen, was mit Babylon passiert und wie die Juden wieder nach Jerusalem kommen dürfen. Das Ganze wird zum Typus für das eigentliche, das wahre Evangelium. Die Befreiung aus dem babylonischen Exil durch Kyrus wird zum Typus für die Erlösung von der Sünde durch Jesus Christus. Und das ewige Evangelium muss dann allen Menschen gepredigt werden. Wir hatten schon Jesaja 49 gesehen, wie der Messias selbst sagt, dass er das Licht für alle Heidenvölker sein wird. Vers 11. Weicht, weicht, geht hinaus von dort. Das heißt aus Babylon. Rührt nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte. Reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Hier sehen wir wieder, wie die Botschaft der Erlösung direkt untrennbar, wirklich, das muss uns deutlich ins Gehirn und ins Herz gepflanzt werden. Die Botschaft der Erlösung ist untrennbar verbunden mit dem Aufruf Babylon zu verlassen. Deswegen kann die Dreifer-Engels-Botschaft nicht getrennt werden in ein Evangelium und eine Gerichtsbotschaft über Babylon. Nein, es ist ein und dasselbe in Offenbarung 18, Vers 1-4 ist die Botschaft, die die ganze Erde erleuchtet mit der Herrlichkeit Gottes. Die Botschaft, dass die Kinder Gottes das System Babylon, die abgefallenen Kirchen der Endzeit, verlassen sollen. Das Verbot, etwas Unreines anzurühren, erinnert an die entsprechenden Gesetze in 3. Mose. Das heißt auch im Kontext dieser Erlösungsbotschaft ist 3. Mose mit seinen Prinzipien der Heiligkeit und der Reinheit und der Gesundheit nicht abgeschafft. Gilt immer noch. Die Erlösung schafft die mosarschen Gesetze nicht ab, sondern bringt sie erst wirklich zur vollen Geltung und wirft das rechte Licht auf sie. Paulus greift diesen Vers auch auf, um praktisch im 2. Korinther 6 zu beschreiben, dass Gläubige sich von allem Weltlichen und von aller Gesetzlosigkeit fernhalten sollen und deswegen auch keine unerlaubten Beziehungen mit Ungläubigen eingehen sollten. Die Geräte des Herrn, das sind diejenigen, die im Heiligtum aktiv sind und dort wirken und die Geschichte in 3. Mose 10 Vers 1 bis 11 von Nadab und Abihu zeigt, was passiert, wenn Menschen, die die Geräte des Herrn tragen, nicht rein sind, wenn sie in dem Fall sich durch Alkohol verunreinigt haben, keinen Unterschied zwischen heilig und unheilig machen, dass das von Gott nicht akzeptiert werden kann. Diejenigen, die das Heiligtum Gottes kennen und dort für arbeiten, die aktiv sind in seinem Werk, die müssen genau zwischen heilig und unheilig, zwischen rein und unrein unterscheiden können. Geht aber nicht hastig davon und eilt nicht wie Flüchtlinge hinweg, denn der Herr zieht vor euch her und der Gott Israels ist eure Nachhund. Ein ganz, ganz interessanter, toller Vers, ihr habt mir Gedanken gemacht, was das bedeuten kann. Eins ist sicher, wir haben hier eine Parallele zum Auszug aus Ägypten, dahingehend, dass Gott auch dort die Leitung übernommen hat. Er ist ja damals mit der Wolken- und Feuersäule vor den Israeliten gezogen und hat sie geführt. Auch das sehen wir hier, aber es gibt einen Unterschied. In Ägypten sind die Israeliten schnell geflohen. Das lag daran, dass die Ägypter noch da waren und sie nicht dauerhaft geschlagen waren, sondern sie weggeschickt haben und kurz danach auch sie wieder verfolgt haben. Aber nach dem Fall Babylons ist der Babylon als Königreich vorbei. Man muss nicht mehr fliehen, sondern man kann würdevoll von dort gehen. Der Sieg ist sozusagen noch vollständiger, wenn man so möchte. Es ist keine Verfolgung mehr durch Babylonier zu befürchten, wie sie noch bei den Ägyptern zu befürchten war und auch passiert ist, sodass Gott auch dann noch einmal dort eingegriffen hat. Und jetzt kommt der vielleicht wichtigste Abschnitt des gesamten Buches Jesaja, das ja schon an wichtigen Abschnitt so übervoll ist. Ab Vers 13 beginnt eine besondere Beschreibung des Messias. Die Kapitelsetzung ist hier etwas unglücklich. Aber wir wollen hier ab Vers 13 beginnen, uns diesen besonderen Abschnitt anzuschauen. Hier haben wir Verse, die unglaublich dicht sind, sehr tiefgründig und die wir mit einer sehr demütigen Gebetshaltung lesen sollten, um zu verstehen, was Gott uns hier persönlich über Jesus zeigen möchte. Vers 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Diese Erhöhung wird hier sehr betont. Drei verschiedene hebräische Worte werden verwendet, um deutlich zu machen. Jesus ist sehr erhöht. Wir hatten ja in Jesaja 9 auch gesehen, dass seine Knecht, seine Herrschaft immer mehr gemäht werden sollte. Aber worin besteht jetzt seine Erhöhung hier? Schauen wir in Vers 14, gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als sie der Menschenkinder, genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Oder eigentlich müsste man nach dem Hebräischen richtig übersetzen, genauso wird er viele Heidenvölker besprengen. Und Könige werden vor ihm den Mund schließen, denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Beide Verse gehören zusammen. Viele werden sich entsetzen und viele werden besprengt werden. Und das hängt mit der Erhöhung von dem Knecht Gottes ab, von dem Messias. Und Jesus selbst wusste genau, was damit gemeint ist. Er hatte schon zu Nikodemus gesagt, dass der Sohn des Menschen erhöht werden muss, wie die Schlange in der Wüste in 4. Mose 21. Er hatte das ihm in Johannes 3, Vers 14, 15 gesagt. Damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben können. Und Jesus hat gesagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Johannes 12, Vers 32 und 33. Und hat damit seinen Tod am Kreuz von Golgatha gemeint. Das heißt, hier geht es um den Tod Jesu von Golgatha. Viele werden angesichts dieser Erhöhung am Kreuz sich entsetzt von ihm abwenden, weil er schlimm aussehen wird. Sein Leiden war ja schon Jesaja 50 angedeutet worden in Vers 6. Er wird bespuckt, geschlagen sein und mit Dornen gekrönt am Kreuz hängen. Und doch wird er genau dadurch viele Heidenvölker, nicht nur die Juden, sondern alle Menschen besprengen. Er wird ihnen die Gelegenheit geben, erlöst zu werden. Die Besprengung wird auch in Ezekiel 36, Vers 25 für die Erlösung verwendet. Paulus spricht öfter im Hebräerbrief, die Pferde sind im Manuskript angegeben, von der Besprengung mit dem Blut Jesu. Genau in dem Moment, als er so abstoßend aussah in Vers 14 und von vielen abgelehnt wurde, hat er das erworben durch sein Blut, wodurch viele Nationen von der Sünde gereinigt sind. Und das ist tatsächlich völlig unerwartet gewesen. Die Menschen hatten ihre Erwartungen an den Messias, die wurden enttäuscht, viele haben sich abgelehnt. Aber das, was er in Wirklichkeit für sie getan hat, ist noch viel unvorstellbarer. Wir finden in 1. Runde 2, Vers 8 und 9, ein Echo auf diesen Vers, wo Paulus von den Dingen schreibt, die Gott geplant hat, die in keines Menschen Herz gekommen sind, die sich kein Mensch hat vorstellen können, was ein Auge nie gesehen, ein Ohr nie gehört hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Er hat völlige Vergebung ihrer Sünden und völlige Rechtfertigung möglich gemacht durch den Kreuz, durch den Tod am Kreuz von Jesus. Und Paulus zeigt in Römer 15, dass dieser Vers explizit von der Heidenmission spricht. Es geht direkt weiter in Vers 1 von Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist der geoffenbart worden? Das ist eine rhetorische Frage. Die Botschaft von Jesus wird auf Ablehnung stoßen. Das zeigt sich immer wieder in Johannes 1, in Johannes 12, Vers 37 und 38, genau diesen Vers dann auch auf die Zeit von Jesus anwenden. Gott will die Menschheit lösen. Und seine Herrlichkeit soll sich an allen Menschen offenbaren. Und deswegen ist dieser Arm des Herrn offenbart, das Symbol der rettenden Kraft Gottes, wie wir gesehen haben. Denn wir wissen aus, wie wir gesehen haben in Römer 1, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Er will sich offenbaren, aber viele wollen es nicht sehen. Und so wird die rhetorische Frage gestellt, wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Wer hat es wirklich wahrgenommen, dass hier in dem Leben dieses Menschen, Jesus von Nazareth, sich die rettende Kraft Gottes offenbart? Er wird beschrieben. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling. Dieses Bild vom Schössling kennen wir aus Jesaja 11, Vers 1 von dem Messias. Diese demütige Eigenschaft von ihm. Sich nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern klein und scheinbar unbedeutend zu sein. Wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Während im Buch Jesaja ständig alle das Problem haben, stolz zu sein, ist Jesus genau das Gegenteil. Er kam als Baby auf die Welt. Er kam als Arme. Er kam als demütige Handwerker ohne jeden äußeren Glanz, so wie Philippa 2, Abvers 5, es beschreibt. Und verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer, vor dem er das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Ein Mann der Schmerzen. Wir finden im Leben Jesus immer wieder deutliche Hinweise auf die Erfüllung dieses Verses. Die Verachtung des Messias war schon mehrmals beschrieben worden in Jesaja. Und hier wird es sehr deutlich noch einmal, dass viele Menschen ihn sehen würden und nach dem äußeren Augenschein nicht glauben würden, dass er ihr Erlöser ist. Vers 4. Hier kommt eine tiefe Wahrheit des Evangeliums. Für wahr, er hat unsere Krankheit, das Wort ist dasselbe wie Leiden, also unser Leid getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir überhielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Christus ist für uns zum Fluch gemacht worden. Er hat unsere Sünden getragen. Der Gerechte hat für die Ungerechten gelitten. So sagt es die Bibel. Er ist das Sündenopfer für die Sünden der Welt. Jesus hat gelitten, nicht weil er es verdient hat, sondern er hat das gelitten, was ich hätte leiden müssen, so damit ich es nicht leiden muss. Und Jesus hat sich auch der Krankheiten angenommen. Matthäus 8, Vers 16, 17. Verwende diesen Vers, um deutlich zu machen, dass Jesus auch Krankheiten geheilt hat, weil die Heilung von den Krankheiten ein Typus war, eine Illustration für die Heilung von der Sünde. Die Menschen damals glaubten oft, dass Leiden eine Strafe für die Sünde ist. Wir sehen das in Johannes 9, Vers 12, aber schon das Buch Hiob hatte deutlich gemacht, dass diese Gleichung nicht wirklich immer funktioniert. Hätte man das Buch Hiob besser verstanden, dann hätte man Jesaja 53 verstanden. Dann hätte man gesehen, dass das Leiden von Jesus nicht Strafe für seine eigene Sünden ist, sondern einen anderen Grund haben muss. Vers 5. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Kaum ein anderer Vers. Es schreibt das Evangelium so deutlich, lieber Freund, liebe Freundin. Deine Sünden und deine Missetaten lagen auf ihm. Und du kannst Frieden haben, weil er bereits die Strafe getragen hat, die deine Sünden verdient haben. Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wir alle sind Sünder. Paulus macht das in Römer 3 ganz deutlich. Das ist ein Problem, das wir alle haben, aber alle unsere Schuld. Egal, ob wir es glauben oder nicht, ist auf ihn geworfen worden, sodass jeder es in Anspruch nehmen kann, der möchte. Wir müssen nicht etwas tun, damit Gott sagt, okay, deine Sünden nehme ich auch noch. Nein, er hat deine Sünden bereits getragen, lieber Freund, liebe Freundin. Er hat sie schon getragen. Alles, was es braucht, ist, dass du ihm das glaubst und es in Anspruch nimmst für dich. Und dann bist du frei. Und dann wirst du verändert. Und dann kann der Heilige Geist in deinem Leben wirken. Dann ist Jesus dein Erlöse und dein Heiland. Dieses Bild von den Schafen, das stammt aus Psalm 119, Vers 176. Jesus greift es auf in der berühmten Geschichte, in dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wir alle sind verlorene Schafe gewesen und Jesus möchte jeden Einzelnen, dich und mich retten. Und Petrus greift das Bild ebenfalls auf in 1. Petrus 2, Vers 25, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auf. Und wir sind die verlorenen Schafe, wir sind irre gegangen. Aber hier wird der Hirte selbst zum Schaf, zum Lamm, um die Strafe für unsere Sünde zu erleiden. Und dieser Vers erfüllt sich buchstäblich. Wenn man die Geschichten von der Kreuzigung, vom Verhör Jesu liest, dann sieht man sein würdevoll, demütiges Auftreten, das sich nicht wehrt, das nicht sich beschwert, das nicht sein eigenes Recht sucht, sondern Auftreten, das genau mit diesen Worten hier in völliger Übereinstimmung ist. Das waren übrigens diese Worte, die der Kämmerer aus Äthiopien studierte und die dann der Diakon Philippus ihm erklärte und ihn zu Jesus führte, sodass der Kämmerer dann getauft worden ist. Und dann kommt Vers 8, ein interessanter Vers. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Diese Frage scheint eine rhetorische Frage zu sein. Jesus ist so plötzlich hinweggenommen worden, dass er keine Nachkommen sehen kann. Niemand, wer wird sein Geschlecht beschreiben? Wer wird seine Nachkommenschaft, seine Generation beschreiben? Das Wort Dor im Hebräischen ist eigentlich die Generation. Ohne Nachkommen zu sterben bedeutete, dass der Name des Verstorbenen ausstarb. Das war so tragisch, so dramatisch, dass es in der Bibel sogar die Anordnung gab, dass wenn ein Mann starb, ohne Nachkommen zu haben, dass sein Bruder beauftragt wurde in der sogenannten Leverats-Ehe, mit der Frau des Verstorbenen Nachkommen zu zeugen. Das war nicht nur eine Sozialversicherung für die hinterbliebene Witwe, was es auch war, aber es war auch dazu da, um dem Verstorbenen, das Geschlecht des Verstorbenen nicht auch sterben zu lassen, seinen Namen aufrecht zu erhalten. Jesu Tod war also ein besonders dramatischer, denn er starb ohne Nachkommen. Er starb sogar ohne Frau, die ihm hätte Nachkommen noch geben können. Das ist natürlich eine bildliche Sprache, um etwas deutlich zu machen. Jesus starb und hat alles riskiert. Mit ihm starb eigentlich sozusagen dann auch sein Name. Er wurde weggerissen. Vers 9. Und man bestimmte, weil er tatsächlich nicht nur irgendwie als Show, sondern tatsächlich buchstäblich die Strafe für meine und für deine Sünden trug. Verflucht von Gott. Vers 9. Und man bestimmte sein Grab bei Gott, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Das erfüllt sich buchstäblich als Josef von Arimathea, der so reich war, dass man es sich kaum vorstellen kann, wie die Bibel bezeugt, sein eigenes Grab ihm zur Verfügung stellt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Jesus trägt die Strafe aller Sünden, war aber selbst sündlos. Und es ist nicht interessant, dass er in das 1. Petrus 2, Vers 22 diesen Vers zitiert, um deutlich zu machen, dass Jesus unser Vorbild ist. Und dass wir in Offenbarung 14, Vers 5, die 144.000 sehen, genau um diese Beschreibung, dass kein Betrug in ihrem Mund gefunden worden ist. Und jetzt kommt Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Es war kein Zuwahl, es war kein Versehen, es war Gottes Plan. Es gab einen Erlösungsplan. Es war natürlich ein tiefer Schmerz für Gott, aber so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Der Tod am Kreuz ist, wie wir hier lesen, das Schuldopfer schlechthin. Jedes andere alttestamentliche Opfer weist auf diesen Moment, wo Jesus am Kreuz von Golgatha für dich und für mich stirbt. Aber noch mehr lesen wir hier. In Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wie wir gerade gesehen haben, dass er es getan hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Hand verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Er, der so abgeschlitten worden ist aus dem Reich der Lebendigen, dass in Vers 8 die rhetorische Frage gestellt worden ist. Wer wird seine Generation, sein Geschlecht beschreiben? Jetzt wird gesagt, er wird Nachkommen sehen. Er wird einen Samen haben, wie es wörtlich heißt, Sarah. Er wird Nachkommen haben. Und diese Idee kommt aus Psalm 22. Das müssen wir an dieser Stelle einmal tatsächlich aufschlagen, mit aufschlagen, weil es einfach so unglaublich schön ist. Im Psalm 22 finden wir noch einen großen Abschnitt, in der das Leiden von Jesus am Kreuz buchstäblich mit vielen exakten Vorhersagen vorhersagt. Und das könnt ihr ab Vers 1 dort mal selbst lesen, wo es dann heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo viele Details der Kreuzigung, Jahrhunderte im Vorhinein genau beschrieben werden. Und dann heißt es über Jesus, über den Messias, der hier am Kreuz stirbt und dann trotzdem König wird, weil er aufersteht, Vers 31, ein Same, Sera, wie in Jesaja 53, 10, wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht, Dor, als Generation, zugezählt werden. Die, die ihm dienen, die, die an ihn glauben, die seine Jünger sind, werden seine Kinder sein, sozusagen. Sie werden ihm als Geschlecht, als Generation zugezählt werden. Er hat sie nicht buchstäblich gezeugt, er hat sie durch das Evangelium geistlich gezeugt. Und Ellen White beschreibt tatsächlich mit dem Vers aus Hebräer 2, Vers 13, da gibt es ein Vers, wo es heißt, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, dass das auf Jesus und die Erlösten sich bezieht, wenn Jesus uns präsentieren wird im Himmel. Das Vorhaben des Herrn war die Rettung des Menschen. Das sehen wir deutlich in Johannes 3, Vers 16. Das sehen wir auch an anderen Stellen, dass es Gottes Wille ist, alle Menschen zu retten. Der Wille, dass alle Menschen gerettet werden, dass niemand verloren geht, sondern Raum zur Buße hat. Dieses Vorhaben, Menschen zu retten, wird gelingen durch Jesus. Seine Tage werden verlängert werden, und zwar auf unendlich. Er wird ewig leben. Jesus sagt in Offenbarung 1, Vers 8, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 11, nachdem seine Seele mühsam erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben, durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Jetzt sieht man, wie diese Kinder entstehen. Er, der gerecht war, macht andere dadurch gerecht, indem er selbst ihre Sünden trägt. Und das ist die Lust, auf die er geschaut hat. Die Bibel sagt uns, dass er ständig das vor Augen gehabt hat, trotz des Kreuzes, trotz der Qual, hat er auf die vor ihm liegende Freude geschaut, sagt Hebräer 12, Vers 2. Er hat alle Sünden getragen, wie Johannes der Täufer ausruft, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Doch hat er die Freude gesehen, dich und mich und all die anderen, unzählbare, die Anzahl der, die unzählbare Schade erlösten, im Himmel einmal zu sehen. Es war die größte Qual für ihn, denn er hasst die Sünde mit einem vollkommenen Hass. Aber die Freude, dich im Himmel zu haben, war noch größer, als der Hass auf die Sünde. Sodass er bereit war, diesen Hass, diese Sünde auf sich zu nehmen, um dich davon zu befreien. Er ist das Risiko eingegangen, für immer verloren zu sein, damit du gerettet werden kannst. Und er wusste, dass wenn er das tut, und wenn er treu bis am Ende am Vater festhält, dass er dann einmal mit dir gemeinsam auf der neuen Erde sein wird. Im Himmel zuvor. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Können wir ihm nicht Danke sagen dafür, dass er das getan hat? Dass er sich so weit erniedrigt hat? Dass er sein Leben auf den Altar gelegt hat? Damit du und ich gerettet werden können. Ich glaube, wir denken zu wenig darüber nach. Wir sollten uns mehr Zeit nehmen über dieses Kapitel, über diesen Abschnitt, über diese besondere Erlösung. Über Jesus, über das Kreuz von Golgatha nachzudenken und vor Gott niederzuknien und ihm Danke sagen. Danke. Dass obwohl wir es nicht verdient haben, er umsonst uns gerecht macht. Diese Rechtfertigung geschieht aufgrund der Gnade Gottes, indem wir daran glauben, dass das Blut von Jesus uns reinigt und dass Jesus absolut gehorsam gewesen ist und deswegen sein Gehorsam uns angerechnet wird. Und Gott uns jetzt so anschaut, als wären wir Jesus. Weil er Jesus am Kreuz so angeschaut hat, als ob wir dort hängen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünder vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Wir hatten gesehen, dass Gott gesagt hat, auch dem Starken kann der Raub genommen werden, die Beute genommen werden, auch die rechtmäßig Gefangenen können gerettet werden. Gott selbst kommt auf die Erde mit all seiner Macht, rettet er uns. Jesus erhält die Menschen, die Satan als Beute gefangen genommen hatte, als seinen Lohn. Damit haben wir eine deutliche Parallele hier zu Jesaja 49, Vers 24 und 25. Und weil das so ist, gehören wir dann Jesus. Deswegen sagt 1. Korinther 1. Korinther Kapitel 6, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern dem, der uns erkauft hat. Er hat sich unter die Übeltäter zählen, die sind erst ja sogar buchstäblich mit Verbrechern gekreuzigt worden. Einen davon konnte er sogar noch an dem Tag retten. Und jetzt ist er unser Fürsprecher im Himmel. Er hat für die Übeltäter gebetet. Er hat buchstäblich am Kreuz gesagt, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war nicht ein einmaliger Moment. Das ist seine Grundhaltung. Auch wenn wir sündigen und wenn wir uns gegen ihn auflehnen, dann bittet er für uns, dass Gott in seiner Gnade noch weiter in unseren Herzen wirkt, damit wir doch endlich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Doch erkennen, was Gott für uns tut. Doch Jesus richtig erkennen und umkehren und betrübt sind über uns selbst und die Buße annehmen, die er uns schenken möchte und die Vergebung, die Erlösung, die allein Jesus für uns hat. Kapitel 54 Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht im Wehen lagst, denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermehlte, spricht der Herr. Das ist ein zwar neuer Gedankengang, aber die direkte Folge dessen, jetzt kommt die Freude der Erlösung. Paulus berichtet von diesem Vers, dass er sich auf die Gemeinde des neuen Bundes bezieht, auf die Christen, also auf das geistliche Volk Israel, auf diejenigen, die genau das in Anspruch nehmen, was in Jesaja 53 steht. Mit anderen Worten, Jesaja 53 beschreibt, was Jesus für uns tut. Jesaja 54 beschreibt die Folge für das Volk Gottes, die Freude der Erlösung, das Angebot, dass wir Teil des neuen Bundes sein können. Jauchze, immer wieder, haben wir schon gesagt, wird in Jesaja die Freude über die Erlösung betont. Dieses Bild von der Unfruchtbahn, die unerwartet viele Kinder hat, das stammt von Hannah, die so etwas ganz ähnliches in 1. Samuel 2, Vers 5 sagt. Vers 2. Und dieses Bild von der Unfruchtbahn ist natürlich ein Bild, das wir in der Bibel immer wieder, vor allem im Alten, aber auch im Neuen Testament haben, um deutlich zu machen, dass es ein Wunder Gottes ist, die Erlösung. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus. Spar nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke, denn zur rechten und zur linken wirst du durchbrechen und dein Samen wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Unerwartet, viele Kinder, das Zeltes muss groß sein. Wir hatten ja einen ähnlichen Gedanken in Jesaja 49, Vers 19 und 20. Die Heiden werden jetzt zu dem Samen dazugehören, das heißt, sie werden Gläubige unter dem neuen Bund sein, die Wiederherstellung der verwüsteten Orte haben wir auch schon als Thema gehabt. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwinschaft wirst du nicht mehr gedenken. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Herrscher ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Gott hat schon immer den Bund mit seinem Volk als ein Ehebund dargestellt. In Hosea, in Korinther, in Epheser, in Johannes, überall finden wir diese Idee und auch hier, denn wie eine verlassen und dem Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Israel hat sich im Exil wie eine verlassene Frau gefühlt, die geschieden und verstoßen ist. In Hosea finden wir auch dieses Bild der Ehekrise, der Scheidung als Bild für die schwere Krise zwischen Gott und seinem Volk. Aber auch dort ruft Gott die Abtrünnige wieder zu sich, so wie Hosea die Abtrünnige zu sich zurückbringt. Jeder ist eingeladen, zu Jesus zu kommen, egal wie sündig er ist. Das war die Einladung schon von den ersten Seiten des Buches, Jesaja, wo Gott sagt, kommt her, lasst uns miteinander rechten. Wenn eure Sünden rot sind wie Schalach, sollen sie weiß wie Schnee werden. Vers 7 Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Lieber Freund, liebe Freundin, ob du es fassen kannst oder nicht, die Gnade Gottes ist viel größer als alle Sünden, sogar größer als deine und meine. Er möchte uns sammeln, wie wir schon öfter im Buch Jesaja gelesen haben. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht von dir verborgen. Wir haben ja eine eine Erklärung von Vers 7. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Der Zorn war kurz. Es war ein kleiner Augenblick, ein Augenblick, nur eine kurze Zeit, aber die Barmherzigkeit ist groß. Es heißt, die Gnade ist ewig. Sie wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Gottes Liebe ist eine ewige Liebe. Vers 9 Und das soll mir sein wie die Wasser Noas, denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noas nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werde, noch dich schelten werde. Gott hatte gesagt, es wird nie wieder eine Sintflut geben. Können wir nachlesen. In 1. Mose 8 und 9 Und Gott sagt, so wie du dir sicher sein kannst, dass es nie wieder eine Sintflut gab und es gab nie wieder eine Sintflut in all den Jahrtausenden, so wird derjenige, der das Blut von Jesus, das in Jesaja 53 beschrieben wird, für sich in Anspruch nimmt und sich davon bedecken lässt, wird nicht mehr den Zorn Gottes erleben. So sicher, wie es keine Sintflut gibt, gibt es keinen Zorn für denjenigen, der tatsächlich das Blut Jesu für sich in Anspruch nimmt. Sollten wir das nicht unbedingt tun? Wäre es nicht absolut dumm, es nicht zu tun? Gott schwört hier, nicht weil seine Worte sonst nicht verlässlich wären, sondern um uns Menschen auf eine menschliche Weise zu beweisen oder zu zeigen, wie sehr wir uns auf dieses Wort verlassen können, so wie es keine Sintflut mehr geben wird, so wird kein Mensch, der Jesus als Erlöser annimmt und seinem Herzen trägt, den Zorn Gottes erleben. Das ist nicht eine wunderbare Botschaft? Das ist einfach fast unfassbar, so schön und doch dürfen wir sie glauben, denn Gott hat es gesagt. Versehen, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, wir haben es schon gesehen, die Erde wird vergehen, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gottes Worte werden nicht aufhören, seine Gerechtigkeit wird nicht aufhören, seine Gnade wird nicht aufhören, selbst wenn die Welt zugrunde geht, ist seine Gnade immer da, sein Friedensbund, das ist der neue Bund, das ist der ewige Bund aus Hebräer 13 und aus Hebräer 8. Du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete, das ist die Beschreibung Israels im Exil, wir haben schon mehrmals diese Beschreibung, diesen elenden Zustand gesehen, jetzt sagt Gott, siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen und deine Grundfesten mit Saphiren bauen, ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkel und alle deine Grenzmauern aus köstlichen Steinen. Jerusalem soll aufgebaut werden, aber nicht nur wie zuvor, nein, es soll aus Edelsteinen gebaut werden, ein Bild dafür, dass Gottes Erlösung uns noch herrlicher macht, als wir es jemals vorher gewesen sind. Buchstäblich wird sich das natürlich auch erfüllen, dadurch, dass in Offenbarung 21 das neue Jerusalem voller Edelsteine sein wird, ihr könnt das in Offenbarung 21, Abvers 17, dann lesen und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Wir haben schon gesehen in Jesaja 2 und vor allem in Jesaja 30, dass Gott unser Lehrer sein möchte, wenn wir treu sind, verspricht er, dass jeder, der ihm zuhört und zu ihm gehört, direkt von ihm lernen kann. Das ist nämlich die Verheißung des neuen Bundes, denn wenn Gott unser Lehrer ist, dann haben wir Frieden, weil dann konzentrieren wir uns auf ihn. Wir haben in Jesaja 26 gesehen, dass wenn wir uns auf ihn richten, unser Angesicht, unser Denken auf ihn gerichtet ist, dann haben wir Frieden, dann kann der Heilige Geist sein Werk tun, wie Jesaja 32, Abvers 15 beschrieben ist. Dann hören wir auf seine Gebote. Vers 14, durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden, du wirst fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir nahen. Die Erlösung ist, dass durch die Erlösung wird Gottes Gerechtigkeit zu unserem festen Fundament. Schon Jesaja 1 hatten wir gesehen, dass die Stadt Jerusalem die Stadt der Gerechtigkeit genannt worden ist. Siehe, sie mögen sich wohl zusammenrotten, aber es geht nicht von mir aus. Wer sich aber gegen dich zusammenrottet, der wird an dir zur Fall kommen. Erlösung bedeutet nicht das Ende aller Angriffe sofort, aber es bedeutet, dass Gott auf meiner Seite ist und alle Angriffe besiegt werden und ja, dass Gott Sieger ist in all diesen Angriffen. Vers 16, siehe, ich habe den Schmied gemacht, der das Kohlenfeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt nach seinem Handwerk. Ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten. Gott sagt, ich bin der Schöpfer. Egal, was ein Mensch an Waffen herstellen kann, Gott kann sie wirkungslos machen, denn Gott ist der Schöpfer, dessen, der die Waffe herstellt und jeder, der angreift, ist nur ein Geschöpf und kann nichts gegen den Schöpfer. Vers 17, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht daher, hier wird die Gerechtigkeit beschrieben, die Gott uns anbietet. Eine ganz beeindruckende Beschreibung, nämlich, wer von Gott gerecht gemacht worden ist, von Jesus, wie in Jesaja 53 beschrieben ist, der wird vom Feind nicht besiegt werden können, er wird Sieger bleiben, er wird ein Überwinder sein und er wird im Gericht aufgrund der Verdienste Jesu, die er für sich in Anspruch genommen hat und durch seinen Glauben an Jesus, der sich in Werken zeigt, freigesprochen werden. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind und die Geschichte von Hiob zeigt ja, wie Satan versucht uns anzuklagen bei Gott, aber der Tod von Jesus auf Golgatha hat den Verkläger hinabgestürzt, so sagt es in Offenbarung 12, Vers 10. Diese Gerechtigkeit kommt durch den Glauben an Jesus, denn er selbst ist unsere Gerechtigkeit, er hat die Sünde auf sich genommen, damit wir Gerechtigkeit in ihm sein könnten. Und jeder, der sich jetzt wünscht, diese Gerechtigkeit zu haben, der wird jetzt eingeladen in Jesaja 55, denn es geht direkt weiter. Wohl an, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Diejenigen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, wie es die vierte Seligpreisung sagt, werden satt werden. Dieses Bild von den Durstigen hat den Jesaja oft schon gesehen. Interessant ist hier, dass wir kaufen müssen, wir müssen eine Willensentscheidung treffen, es wird uns nicht aufgezwungen, es ist umsonst. Wir müssen keine Werke als Vorleistung bringen, denn Jesus hat den Preis für das Evangelium bezahlt. Warum wiegt ihr Geld ab? Für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn, für das, was nicht sättigt. Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Der Sünder versucht oft durch eigene Werke irgendetwas zu erreichen, das aber gar nichts wert ist. Der verlorene Sohn hat alles selbst versucht und durfte nicht einmal die Speise der Schweine, das Schweinefutter essen. Aber als er zurückkam, als er sich gedemütigt hat, als er sich auf die Gnade des Vaters verlassen hat, bekam er ein Festmahl vorgesetzt. Gott sagt, hört auf mich. Vers 3, neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Das ist die Einladung von Jesus, die Einladung aus Jesaja 1, Vers 18. Kommt zu Gott, hört, so wird eure Seele leben. Gott möchte, dass wir nicht nur physisch leben, sondern dass wir geistlich leben, dass wir ewiges Leben haben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Gott möchte nicht, dass wir im alten Bund stecken bleiben. Er möchte, dass wir den neuen Bund, den ewigen Bund erleben. Die zuverlässigen Gnadengüter Davids, das sind die Verheißungen, die David empfangen hat von Gott. Denn was hatte Gott ihm verheißen? In 2. Samuel 7, Ab Vers 8. Eine Dynastie, einen Sohn, einer, der auf dem Sohn Davids sitzen wird und zwar bis in Ewigkeit. Das war die Vorhersage des Messias und dieses Gnadengut sozusagen, das ist zuverlässig, denn Jesus ist von den Toten auferstanden und jetzt lebt er von Ewigkeit zu Ewigkeit, sodass Davids Linie, Davids Dynastie tatsächlich ewig ist. Deswegen wird dieser Vers auch in der Apostelgeschichte 13, Vers 34, mit der Auferstehung, Jesu in Verbindung gebracht. Was Gott uns anbietet, ist der ewige Bund durch Jesus, der Mensch geworden ist, der gestorben ist und der auferstanden ist und deswegen für alle Ewigkeit diesen Bund garantiert. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Jesus wird in Offenbarung 13, 3 auch der treue Zeuge genannt. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Hier wird ganz unmissverständlich gesagt, dass die Erlösungen nicht auf das ethnische Volk Israel beschränkt sein würden, sondern hier wird die Heidenmission offenbart, wie wir sie schon an anderen Stellen auch deutlich gesehen haben. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Hier sehen wir also, Jesaja 53 beschreibt den Kreuzestod Jesu. Jesaja 54 zeigt, was Gott den Gläubigen schenken möchte, wie er sie retten möchte. Und Jesaja 55 ist jetzt der Aufruf, denn jede Predigt des Evangeliums braucht einen Aufruf. Hier haben wir den Aufruf Gottes, den Aufruf, das anzunehmen, zu handeln und das zu glauben und zu Gott zu kommen. Such den Herrn. Wir haben gesehen, dass man Gott nicht vergeblich sucht in Jesaja 55. Wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, sagt Jeremiah 29, werden wir ihn finden. Wenn wir diese Lösung nicht annehmen, gibt es keinen anderen Weg, wie wir gerettet werden können. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das Evangelium anzunehmen bedeutet, das Böse zu lassen, umzukehren. Es ist ein Aufruf zur Buße und Umkehr. Nur dann kann Gott uns vergeben, aber diese Buße und Umkehr ist ein Geschenk, das Gott uns ja auch schenken möchte, wenn wir einfach zu ihm kommen. Wir müssen nicht nur unsere bösen Taten uns vergeben lassen, sondern auch unsere bösen Gedanken, denn aus dem Herzen kommen alle die Sünden hervor, wie Jesus sehr deutlich macht. Gott wünscht sich so sehr echte Bekehrung in unserem Leben. Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Gott denkt anders. Wenn wir glauben, dass wir hoffnungslos verloren sind, hat er noch tausend Wege, von denen wir nichts wissen. Vers 9 und 10, so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken zwischen Gottes Gedanken und unseren Gedanken ist buchstäblich ein himmelweiter Unterschied. Warum? Denn, Vers 10, gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder hin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der ist. Genau so soll auch mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Warum sind Gottes Gedanken höher als unsere? Wir sehen nur die Realität und wir können die Realität nicht verändern, aber Gott hat andere Gedanken, denn er kann die Realität verändern durch sein Wort. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Als er sprach, stand es da, sagt Psalm 33, Vers 6 und 9, in seinem Wort ist Kraft, sagt 5. Mose 30, Vers 14, so dass es, wenn es in unserem Herzen ist, in unserem Mund, wir es tun können. Das heißt, das, was wir hier lesen, ist nicht nur ein schönes Angebot, sondern da ist bereits die Kraft drinne. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du es glaubst, dass es geschieht, es wird nicht leer zurückkehren. Glaube nicht, dass du verloren bist. Du musst keine Kraft aufbringen, um es glauben zu können. Du musst nur es in Anspruch nehmen und es wird in dir die Kraft bewirken, dass du es glauben kannst. Es wird in dir die Kraft bewirken, dass du ungern möchtest. Es wird in dir die Trau über die Sünde bewirken, über die du jetzt vielleicht noch gar nicht traurig bist. Es wird in dir die Liebe zu deinem Vater im Himmel bewirken, die du jetzt vielleicht noch nicht spürst. Es wird es bewirken, wenn du merkst, ich brauche Hilfe, wird Gott dich retten. Das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Mögen die Worte, die wir heute hier studiert haben, in deinem Leben persönlich ihre Kraft entfalten. und das, was wir in Jesaja 53, 54 und 55 gesehen haben, Realität werden. In meinem und in deinem Leben und Realität bleiben. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Was für ein schönes Bild für die Freude, die überall sein wird, wenn ein Sünder umkehrt umkehrt im Himmel. Jesus sagt, wenn ein Sünder umkehrt, ist Freude im Himmel. Die Engel jubeln. Der Auszug aus Babylon sollte ein Anlass zur Freude sein, weil die Erlösung aus der Sünde ein Grund für große Freude ist. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Mürden. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Es ist ein ewiger Bund. Es ist ein ewiges Evangelium. Eine ewige Gerechtigkeit, die sich offenbart, weil Gott uns mit einer ewigen Liebe liebt und seine Gnade von Ewigkeit zu Ewigkeit wird. Und deswegen gibt es auch ein ewiges Zeichen. Lieber Freund, liebe Freundin, ich kann heute nicht schließen, ohne dich einzuladen, diesen Bund in Anspruch zu nehmen. Schau dieses Kapitel an. Jesaja 53, 54, 55. Schau auf Jesus und ergreife seine Hand. Lass ihn nicht los. Schau auf ihn und er wird dir vergeben. Schau auf ihn. Er wird dir Buße schenken. Er wird dir Vergebung schenken. Schau auf ihn und er wird dich verwandeln in sein Bild. Schau auf ihn und hör nicht auf zu schauen. Er wird es tun. Das ist dein Wunsch. Gott segne deine Entscheidung. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, Worte können nicht ausdrücken, was du für uns getan hast. Aber Jesaja hat wirklich, wirklich das getan, was ein Mensch wahrscheinlich tun konnte und der Erfüllung des Heiligen Geistes hat es so schön und präzise ausgedrückt, wie es Menschen überhaupt ausdrücken können. Herr, wir wollen das in Anspruch nehmen. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen das Blut, das Jesus am Kreuz von Golgatha vergossen hat, weil ich gesündigt habe. Das möchten wir für uns in Anspruch nehmen. Und wir glauben, dass durch sein Sterben und Auferstehen und sein Wirken jetzt im Himmel wir tatsächlich gerecht gemacht werden können. Und dass all diese Verheißungen in ihm das Ja und Amen finden und wir tatsächlich deine Kinder sein dürfen. Dafür danken wir dir. Wir haben es nicht verdient, aber trotzdem siehst du einen Wert in uns, der so groß ist, dass du alles gegeben hast. Dafür danken wir dir und wir danken durch Jesus, der würdig ist. In seinem Namen beten wir. Amen. Damit verabschieden wir uns von diesem Studium, sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir dann die nächsten fünf Kapitel in Jesaja uns anschauen. Möge Gott dich behüten und beschützen und dich jeden Tag daran erinnern, dass Jesus dein Erlöser ist. Gott mit euch. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!